Es gibt Millionen verschiedene Lebensformen auf unserem Planeten. Wir Menschen sind nur eine davon. Es ist ja nur ein Tier, lässt uns Anfang 2017 keine Ruhe mehr. Und wir, die Pegasus-Familie, beschließen den Tieren eine Stimme zu geben. Hier in Spanien, die Hunde sind Sache. Wenn man nicht mehr haben will, dann schmeißt man weg. In dem Sanctuario rescatamos animales de granja, die sind Víctimas de la explotación y del consumo. Wir sind bei den Tieren. Dass meine Ärztin mal gesagt hat, also Frau Flanke, Sie sind wie ein Kriegsberichterstatter. Was Sie gesehen haben, sieht eigentlich kein Mensch. Und das machen Menschen mit Tieren. Siehe, ich habe euch gegeben, alles was da wächst und Samen trägt, das sei eure Speise. Die Tiere sind da nicht vorgesehen. Legt euch bitte mal einfach Fell auf die Zunge, einfach Haare auf die Zunge. Was kriegen wir sofort? Ein Würgerer vielleicht. Die Hunde leben hier in Zimmern mit Bodenheizung und in ihrer jeweiligen Hundegruppe und haben sieben Hektar Ausläufe zur Verfügung. Also die Pferde sind nicht unbedingt zum Reiten da, sondern sie sind unsere großen Lehrmeister. Wir können sehr viel lernen über die Pferde, mit den Pferden, über uns selber. Ich denke, dass heute eine Wiedersehen muss, die Menschen und die Tiere sind, weil die Planet nicht sehr groß ist. Musik